Okay, die Basis der Red Ribbon Armee steht also heute auf dem Plan. Hier haben wir schon angefangen, beziehungsweise hier haben wir angefangen. Und diese ganzen Sachen haben wir erledigt gegen die Red Ribbon Armee und jetzt kommt die Basis. Da bin ich echt mal gespannt. Oh, ein Flugkampf oder was? Also dann, los geht's! Tatsächlich, bereit, los! Wahrscheinlich kommen da gleich Flieger oder sowas. Ja, hat mir gedacht, der Red Ribbon Armee ist natürlich kein Kindergartenverein. Man muss aufpassen. Aber die sollten wir doch hier packen, das ist ja nicht wirklich schwierig. So sieht es zumindest aus. Ja klar, der Apfel schwebt da einfach. Woo! Das ist ja cool, da sind wir auf so einem Fliegelflugzeug drauf. Voll geil. Geile Sache. Okay, Red Ribbon Armee ist natürlich, wie wir sie alle kennen, hier hochtechnologisiert. Logisiert, alles voll mit Waffen. Hey! Sag mal! So! Ich wollte gerade sagen, welcome meine Wolke! Das wäre jetzt extrem blöd gewesen, wenn die Wolke nicht auftaucht. Also was gefällt mir, diese Luftlevel gefallen mir wirklich. Also was gefällt mir, diese Luftlevel gefallen mir wirklich. Alles für die Schrottpresse hier. Ja, nice, kaputt. Der ist daneben gesprungen. Tja, in den Abgrund, ne? Überschalwolke. Ciao, ciao. Musik ist auch cool, muss man irgendwo sagen. Oh, ich guck jetzt. Ah, das muss die Red Ribbon Armee sein. Ja, das ist die ganze Zeit schon. Son Goku, Mann, was muss denn hier? Oh. Tatsächlich, da ist die Basis der Red Ribbon Armee. Oh, wie geil. Ne, schau. Okay. Sind direkt in der Basis. In der Basis der Red Ribbon Armee. Das ist ja auch nice. Bin ich ja mal gespannt, was mich hier erwartet. Ich kenne ja, also ich bin ja, denke mal, dass hier der gleiche Boss sein wird, wie auch in der Serie. Ich denke, ich könnte mir auch vorstellen, dass es zwei Bosse sind. Einmal der kleine Typ, der Anführer der Red Ribbon Armee und dann seine rechte Hand. Ja, du explodierst, das weiß ich. Meine Güte. Schluss mit Genuss hier. Son Goku räumt auf. Red Ribbon Armee. Es wird Zeit, dass ihr von hier verschwindet. Was sieht in der Serie, war das ja auch so, dass Son Goku dann die Red Ribbon Armee besiegt hat, kamen ja dann die Freunde. Und dachten Son Goku dann noch gar nicht angewirfen, dabei war die Red Ribbon Armee schon längst zerstört. Von Son Goku. Oh, da kann ich rein. Ne, doch nicht. Ach, Son Goku. Tu doch mal was. Ohne lange Brücke. Wo kann sein, das kann doch nur in sowas enden. Okay, einfach weiter. Ne, es ist das Gebiet. Wie auf den Dächern. Bestimmt, wenn ich runterfalle, bin ich auch gleich im Eimer. Ne, anstatt, du klar. Kennen wir doch das Spielchen. Doch nicht, okay. Oh cool, was haben wir da? Ach, der Stab wird verlängert. Nice. Boah, sogar nach hinten. Coole Sache. Alter, was hat der hier jetzt? Das ist schon eklig. So viele Gegner auf einmal. Vor allem die Viecher. Mach ich die Türen auf? Weiß ich nicht. Okay, runter. Unter. Ich wollte sie nicht stören. Aber sie standen da gerade im Weg. Nice, er kann wieder unten lang laufen. Schluss jetzt hier. Ich weiß nicht, kann man ja mehr haben. Voll brutal noch weiter drauf, wie wir schmoschen. Okay, wenn ich wollte, dann mach ich. Boah, ach, wieder so einer. Ja, keine Chance, Kleiner. Noch einer. Was ist das jetzt hier? Mein Gott, ihr nervt. Oh, nicht über solchen Abgründen. Ich bitte euch. Das könnt ihr mir nicht antun. Wer hast du mich denn jetzt getroffen, hä? Ja klar, dann gehe ich halt wieder. Tschüss. Ich schub die Punktanzeige da oben ja eh nicht. Toll. Warum macht ihr denn so was mit mir? Ist doch ganz genau, dass mir das wehtut. Tschüss. Ein Abfließ. Das sind echt nette Spender dabei. Blauen Dinger. Oh Gott, oh Gott, jetzt kommen sie von allen Seiten. Voll laufend. Also hier geht schon einiges ab. Es geht hier gut los. Aber hier können wir rein. Okay, jetzt muss ich halt den Turm hier erklimmen, der zum Anführer der Red Ribbon Armee führt. Das könnt ihr mich mir vorstellen. Oh, Gesundheit. Nice. Oh, schön. Die Hälfte von einem neuen Balken ist voll. Leute, das ist natürlich super. Und ein Leben. Geil. Okay, dann gab es hier doch nur das. Was heißt nur? Das ist schon episch. Was soll das? Wie komme ich eigentlich da hoch? Achso, mit einem Wunnsprung. Was los ist denn? Wie, nur von da oder was? Anscheinend. Na, was soll's. Da, da. Konisch ist es. Guck mal da unten. Da ist viel interessanteres. Zum Goku anschießen. Das ist doch... Warum tut man so was? Also es scheint hier super viele Wege zu geben, die man gehen kann. Das finde ich total cool. Jetzt geht erstmal ein dickes Lob. Oh, scheiße. Neuer Versuch, ja, ja. Wo bin ich denn jetzt gelacht? Hier bin ich wieder. Alles klar. Jetzt mit dem Wandsprung krieg ich nicht hin. Wie macht man wen denn? Hä? Jetzt krieg ich den Wandsprung nicht mehr hin. Jetzt habe ich wieder hin gekriegt. Aber wie? Verdammt mich nochmal. Ich krieg den Wandsprung nicht mehr hin. Warte mal. Ne. Jetzt wieder, aber... Ja, so doch nicht. Ja. Bin ich denn da hin und dann? Ne. Och, Leute. Ja, jetzt nochmal wieder. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Ja, von allen Seiten, oder was? Hör auf zu schießen, kleiner Mann. Ja. Oh, ich wollte. Alter. Ich schuss mich da nicht rein. Ich sagte dir. Ja. Was denn nun? Ach, ja. Auf so einer Fläche, oder was? Ja. Klar, auf so einer Fläche kommt so ein Typ, ey. Okay, wir werden nochmal aufgepowert, anscheinend passiert gleich irgendwas. Ja, das scheint das Hauptgebäude zu sein. Ja, oder auch nicht. Wer wirft denn da noch? Spinner. Wo ist das Hauptgebäude der Redbird in der Armee? Hätten wir auch gleich reinfliegen können. Man muss ja erstmal überall außen rum. Oh, jetzt sieht es ecklig. Ich wollte gerade sagen, es sieht ecklig nach Zwischenboss aus, aber es sind nur kleine Lakaien. So und nicht anders. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Türen hier aufmacht. Irgendwie geht das sicherlich, aber dafür bin ich nicht schlau genug. Irgendwas stimmt damit nicht. Danke für den Apfel. Schnell rüber. Aber ganz schnell rüber. So schnell er geht. Ich weiß nicht. Es interessiert kein Wasser, was da noch liegt. Hauptsache rüber. Dün, dün, dün. Tag. Kann ich ihm weiterhelfen? Guck mal, hier ist einer von denen. Also man sollte sie am Kopf treffen. Da sind sie am empfindlichsten. Jetzt haben immer diese Dreierkombischüsse. Kannst du den von Gloku einfach hauen? Ich meine, warum tust du nur was? Das hast du doch jetzt einfach. Ist doch klar, dass das nicht gut gehen kann. Okay, wir müssen anscheinend hier weiter. Eben, das nehme ich mir doch mit. Okay, die scheinen wirklich sehr häufig Nahrung dabei zu haben, diese Fliegenden. Danke. Schon wieder zwei von denen. Das heißt es aber hier. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl darüber. Oh, da ist Red. Cool. Wie ist das möglich? Es ist nur ein Kind. Red und Black. Wir sollten erstmal von hier verschwinden und unsere Truppe wieder aufbauen. Mist. Dabei fehlte nicht mehr viel und ich wäre auch etwas größer geworden. Ja, Red will die Dragonworlds nämlich nur haben, weil er so ein kleiner Stüppi ist. Was sagst du denn? Das war alles, was du dir wünschen wolltest. Ruhe. Wirst du deinen Kommandanten kritisieren? Gah. Gah. Du weißt es nicht wert, unser Kommandant zu sein. Ich werde die Red Ribbon-Armee wieder aufbauen. Der Dragonball ist da drin, oder? Hm, hm, hm. Da bist du also. Aber nicht mal du. Du kannst mir das Wasser reichen. Red du nur. Aber beeil dich wenigstens. Ach, Red du nur. Aber beeil dich wenigstens, damit wir es hinter uns bringen. Okay, ja, da mit seinem Kampfroboter. Ja, Black hat diesen Kampfroboter gebaut. Beziehungsweise Black sitzt in diesem Kampfroboter. Aber der dürfte jetzt auch nicht unbedingt die Schwierigkeit sein. Da müssen wir einfach eigentlich, eigentlich ist das hier, bei ihm ist das bestimmt nur drauf gemosche. Okay, jetzt müssen wir ausweichen. So, komm hier, Red. Jetzt wird drauf gemoscht, bis du nur Sternchen siehst. Und tschüss. Das war's. Damit ist auch Red gewesen. Ich bin klar. Black besiegt. Red ist ja schon lange tot. Black hat ihn ja umgebracht. Zu guter Letzt besiegte Goku die Red Raven-Armee ganz allein. Nun fehlte nur noch ein Dragonball, aber mir reicht's. Der Dragonball ist schon wieder kaputt. Und somit weiß ich nicht, wo der letzte Dragonball ist. Hey, Goku. Ah, Bulma und Mutti. Wir wollten dir helfen, aber du hast ja bereits alles alleine geschafft. Bulma, könntest du bitte den Radar reparieren? Zeig mal her. Ja, komisch. Er funktioniert ganz normal. Das könnte bedeuten, dass der Dragonball von irgendwas verschluckt wurde. Das ist allerdings ein Problem. Was nun? Geh doch zur Hellseherin Barbara. Die kann dir bestimmt sagen, wer Dragonball ist. Natürlich kann sie das. Wirklich? Okay, bin schon unterwegs. Aber er geht ja nicht alleine los. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, wir sind jetzt dran. itel. Nein, es ist plötzlich das Geld auch Large.